Lächeln, Asaf. Lächeln, 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 Lächeln. 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 Ach... Was ist denn los? Oh Scheiße! Geht's! Entschuldigung. Wir machen um Kisten lieber einen Bogen. Okay, klingt gut. Scheiße! Hier gibt's günstiges Büromaterial, falls du was brauchst. Willst du bei nem Job immer so Gespräche? Ja. Ja. Pass auf! Über dir! Ein Problem weniger. Direkt über uns. Siehst du? War doch nicht so schlimm. Echt nicht. Ich brauche nur einen Moment. Nummer eins. Oder auch so. Suchen wir die Scheibe. Herzlichen Dank. Du stehst dann bitte Schmiere, okay? Ja. Himmel. Das ist ja wie in einem Antiquitätenladen. Er war wohl sehr fleißig. Was glaubst du, was das alles wert ist? Genug, um seine kleine Revolte noch ein wenig länger zu finanzieren. Ich leih mir das mal aus. Fraser. Mhm. Komm her. Na los! Wir müssen rüber den Fluss! Da sind Sie! Lassen Sie aus! Los! Aus! Der PV. Ne Genstamp! Stamm vermisst! Geh drin, schnell! Verdammt, was sollte das? Echt elegant, aber effektiv. Du wolltest mich ans Messer liefern, oder? Das nennt man... Hier, Henry! Hälte sie auf! Komm her! Hälte sie auf! Ach so! Das ist gefährlich! Schwing! Oh nein! Schaff dich! Komm schon! Schreibe noch? Ja! Weiter! Aufpassen! Komm schon, Henry! Komm schon! Warte, Alter! Warte, Alter! Zeig mal! Warte! Warte! Warte, Mann! Warte! Warte, Mann! Die wollen Kampion! Du wirst uns nicht aufhalten! Wir müssen uns nicht aufhalten! Nimm Athens! Du rauf! Zwei Geist! Zwei Geist! Zwei Geist! Aufpassen! Zwei Verlust! Zwei Geist! Zwei Geist! Zwei Geist! Ah! Der Fluss ist direkt unter uns. Rutsch an den Lichtern runter. Ich glaube, es geht.